Ich heiße alle Horror-Hörer herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wattpad Horror. Heute fahren wir fort mit unserer wunderbaren Mystic-Man-Geschichte. In der letzten Folge hatte Olivia sich ihrem grausamen Schicksal in einer Villa zu leben hingegeben. Ich bin natürlich genauso gespannt wie ihr, wie es weitergeht. Treffen sich zwei Menschen. Olivia. Als ich fertig war, ging ich wieder runter und da sah ich Cedric, der mit dem Rücken zu mir stand und mit jemandem redete. Der fremde Mann hatte einen schwarzen Anzug und zurückgegelte Haare. Er sah mich, als ich die Treppe runterkam. Natürlich pfiff er mir zu. Oh la la. Ähm. Dieses. Ich weiß nicht, wie das heißt. Eine Google-Pause auf deutschegrammatik20.de später weiß ich nun, dass dieses Zeichen die Tilde heißt. Dann können wir ja weitermachen. Oh la la. Tilde. Hast du dir etwa eine neue geholt? fragte er. Ich gang zu Cedric und funkte dem Typen böse an. Nun sagte Cedric, ja, sie it mein GF. Wie heißt du? fragte er nicht an. Olivia. Sagte ich. Nun gut, ich gehe dann auch, die Sachen sind ja vorgekehrt, meinte der und ging. Cedric sah mich an. Hier ist ein Brief vor dich von Gorgia, ein Freuden von mir. Ich öffnete Miek und las es. Hi, wir sehen uns bald. Ok, was war Duff denn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ploetzlich hob Cedric hoch und setzte mich auf seinem Schoß. Wieso hast du das getan haben? Anmerkung des Vorlesers. Ich dachte ja, mittlerweile habe ich alles gesehen, was Grammatik Hüllen angeht. Aber nun weiß ich, jetzt habe ich alles gesehen. Wahrscheinlich wird in einem Monat oder in zwei Monaten wird wahrscheinlich wieder irgendwas kommen, wo ich genau das Gleiche nochmal sagen werde. Aber naja, wir halten das jetzt mal so fest. B.C. I can, grinste er. Ich konnte mir nicht widerstehen und küsste ihn. Er erwiderte und wir tauschten einen freudigen Zungenkuss aus. Wow, rinnte er. Veve, meinte ich. Dann der perverse Emoji, noch ein perverse Emoji und ein Herzchen. It's okay when you take me on your side. Kleiner 3, sagte ich. Anmerkung des Vorlesers. Eine weitere. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, in welchen Romantikgrad ich das einsortieren sollte, wenn dir tatsächlich jemand sagt, ich liebe dich, Kleiner 3. Aber wenn er drauf steht, dann ist das ja okay. Er grinste erneut und wir küssten uns. Kidnapping. Olivia, ich bin jetzt schon seit zwei Wochen da und ich hatte mir das Leben in Dreh Mafia Cooler vorgestellt. Und wen ihr fragt, ja, Cedric hat mich bereits entjungfert. Oh mein Gott, das kann man erwarten. Oh mein Gott, ich habe einfach gerade so drauf losgelesen und das habe ich nicht kommen sehen, Freunde. Es tut mir leid. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, Rückblick. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und das alles natürlich fett gedruckt. Es wird It wehtun, sagte er über mich gebeugt. Ich sah in seine Augen und niekze. Am Anfang hatte es wehgetan, aber dann war es wunderschön und ich habe gestöhnt. Und Leute, das ist gerade, nein, 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 aber ich muss es tun. Ich muss es lesen. Wie beide stöhnten vor Anstrengungen. Wo waren in seiner Villa, deswegen waren wir so laut, wie wir wollten. Am Ende hatten wir es öfters getrieben. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, wieder in jetzt. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Anmerkung des Vorlesers. Ich glaube, es ist illegal, sich wiederzuhalten. Aber ja, go for it. Cedric war kurz weg, deswegen durfte ich nur in der Villa sein, aber das war Ock. Ich schaute etwas auf Netflix, es war die neueste Folge von Shadowhunters. Ich hörte, wie die Tür aufging und heb den Kopf. Cedric fragte ich, doch keine Antwort. Im Tür stand ein gutaussehender junger Mann um die 19. Er hatte blonde Haare und grüne Augen. Dann packte er mich an den Arm und zerrte mich aus der Villa. Hey, Hilfe, was soll das? We are kidnapping you, sagte er. Icky versuchte mit meinem mit 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 ihm zu reden. Let go of me, I don't wanna that. Das ist wirklich Hardcore-Cringe-Englisch, aber at least you try it. Schiefgegangen. Slash. Ende. Vor der Villa wartete Cedric Uden, mein Kidnapper, sah geschockt aus. Cedric tötete ihn und fiel ihm um vier Arme. Damle weinte. Sch, Alea Gitt. Ich lebte mit ihm in seiner Villa, er als Mafia-Bos und ich als deine Frau. Ende. Punkt, 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 Punkt. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Ende sagen soll. Never mind. Wie ihr bestimmt schon selbst mitbekommen habt, war dies das spektakuläre Ende der Geschichte Mystic Man. Ich hoffe, es war euch genauso ein Abenteuer wie mir. Schreibt mir gerne eure persönlichen Highlights in die Kommentare. Über Abos, Daumen nach oben und Werbung freue ich mich natürlich immer. Wir hören uns am Mittwoch, bis zum nächsten Mal, LGME. Und da ich beim letzten Video ganz professionell den Schluss verkackt und euch ohne Outtake stehen lassen habe, kommt jetzt noch der Harry Potter Outtake mit hinten dran. Der fremde Mann hatte einen schwarzen Anzug und zurückgegellte Haare. Gegellte Haare. Das ist auch so ein ganz neuer modischer Tick. Seine Haare zurückgellen, finde ich nicht so gut. Cedric war kurz deswegen, durfte ich in nur, nur, ich, nur, in, was? Ich? Nur? Achso. Scheiße. Nochmal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.